Hier diese Niederlage zu verhindern, das merkt man ihm an. Bell Bell gegen Beonek. Bösel kommt dazu, aber auch den lässt er stehen. Immer noch Bell Bell und dann ist es letztlich der gerade eingewechselte Dennis Lammer. Gibt nochmal eine Ecke. Aber will man wirklich daran glauben, dass die jetzt das Tor bringt? Die Ecken bislang komplett harmlos gesetzt.